Wir sind im letzten Teil von dieser Serie angelangt. Teil 3. Der Titel war, sind wir geboren, um krank zu sein? Gott hat uns nicht schwach erschaffen. Wegen falschen Gewohnheiten sind viele krank geworden. Wenn ihr falsch esst und falsch trinkt, dann werdet ihr auch Krankheit begegnen. Aber denkt daran, wir sind nicht von uns selbst. Wir sind Gottes Eigentum durch Schöpfung und auch durch Erlösung. Und darum können wir unser Körper nicht einfach so behandeln, wie wir das selber wollen. Und darum müssen wir durch Prinzip geführt werden und nicht durch die Appetite. Es gibt Menschen, die leben, um zu essen. Aber wir essen, um zu leben. Hier gibt es viele Adventisten, die nicht die Wichtigkeit der Gesundheitsbotschaft verstehen. Aber die Gesundheitsarbeit ist die rechte Arm des Evangeliums. Und in der Endzeit ist es eine gute Weise, um in verschiedene Gemeinschaften reinzukommen. In meinem Land kann man nicht einfach die Bibel nehmen und predigen. Aber durch die Gesundheitsbotschaft können wir auch die Heiden erreichen. Und deshalb ist es sehr wichtig für dich und auch für mich. In Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 heißt es, Es sagt, dass ihr euer Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht in dieser Welt gleich. Sondern ändert euch. Durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Krankenhäuser sind eine Quelle von Einnahmen für Krankenhäuser, für die Pharmaindustrie, für Ärzte, für Gesundheitsinstituten und so weiter. Und die Regierung weiß, dass es die Kranken und Schwachen einfacher zu regieren sind. Und deshalb habe ich euch gezeigt, wie sie versuchen, euch krank zu machen. Und jetzt sind wir beim dritten Teil angelangt. Und das ging über die Nahrungsindustrie. Heute waren wir im Supermarkt. Und dann habe ich so mal gekratzt auf meinen Kopf. Meine Güte, was kaufen die Leute alles? Aber sie denken, dass es Nahrung ist. Aber es ist eigentlich Chemie. Und schlussendlich kann es unser DNA überschreiben oder auch schädigen. Lass uns mal sprechen über Zucker. Das ist ein Produkt, was man wirklich verkaufen kann. Table sugar. Nur Tischzucker. Weil wir haben Glucose. Weil wir haben Glucose. Und die offizielle Name von Zucker ist Sucrose. Und die offizielle Name von Zucker ist Sucrose. Wenn man ein Produkt verkaufen will, muss man immer Zucker dazu. Weil je mehr Zucker man isst, dann nimmt die Dopamin zu, je mehr Zucker man zu sich nimmt. Und das ist ein Neurotransmitter. Und auch das Hormon Serotonin nimmt zu, wodurch man sich wohlfühlt. Und das ist im Verdauungssystem. Und das verursacht Versklavung. Wenn ich euch dieses Bild zeige, dann denkt jeder, wow. Warum? Weil wir sind versklavt an Zucker. Wenn man Zucker näher betrachtet, es ist fast in jedes Produkt drin. Guck mal nach Tropicana. Das hat Zucker. Guck mal nach Natural. Natural. Ja? Nein. Oh, you don't have natural here. Natürlich ist auch ein Produkt, das man in Indien hat, die auch Zucker hat. You know, you may tell me, so what? I'm not going to die of sugar. Und dann wird immer sagen, ja, aber von Zucker werde ich doch nicht sterben. Aber did you know one fact? Aber eine Tatsache? Drug addicts who are trying to come out from their addiction to heroin, Menschen, die die Versklavung von Heroin absagen wollen, they eat a lot of sugar, essen sehr viel Zucker, because they get more or less the same effect. Weil sie ein bisschen das gleiche Effekt damit bekommen können. So to increase dopamine, um mehr Dopamin zu kriegen, you can increase it by certain drugs. Dann könnt ihr auch bestimmte Drogen nehmen. For example, like cocaine. Kokain zum Beispiel. Amphetamine. Amphetamine. Then you have what we call the MDMA, Ecstasy. Und dann hat man auch bestimmte Arten. MD, Ecstasy. MDMA. Ecstasy. Then you have the LSD. LSD. You know, they have the same effect as sugar. Die haben die gleichen Resultate wie Zucker. Aber der einzige Unterschied ist, dass der Zucker dich nicht sofort tötet. Also Heroin tötet einen schneller als Zucker. So therefore we say, no, nothing happened to me. Und deshalb sagen wir, ja, mir ist doch nichts geschehen. Everything is going fine. Alles geht doch gut. Aber so ist es nicht. Now if you read history. Und wenn man die Geschichte anschaut. Go back to the 16th century. Und man geht zurück nach die 16th century. Hier in the Royal Courts of Europe. Da gab es am Hof von den Königen, hier in Europa, Sugar was certified as a recreational drug. Und wurde die Zucker als eine Rekreationsdroge betitelt. So you see, how dangerous sugar can be. Es kann sehr gefährlich sein. You know, when you take sugar, wenn man Zucker nimmt, directly, it affects your immune system. Dann wird dein Immunsystem direkt dadurch angegriffen. Your white blood corpuscle becomes intoxicated. Die weißen Blutkörperchen werden, ja, vergiftet dadurch. And they go to sleep. Und schlafen ein. So when the virus comes, when the bacteria comes, und wenn dann die Viren und die Bakterien kommen, it flies over your sleeping soldiers. Ja, dann schlafen alle Soldaten und sie können ihren Weg gehen. Therefore, when you look at kids, at kids, darum, wenn ihr Kinder anschaut, if there is a birthday party, wenn es ein Geburtstagfeier gibt, what happens the next day? Was passiert dem nächsten Tag? They are all coughing and running nose. Dann fängt die Nase an zu laufen und sie husten. Because too much of sugar. Weil sie zu viel Zucker hatten. But let us keep in mind, sugar sells. Aber Zucker verkauft. And remember, companies are not interested in your health. Und die, ja, die Geschäfte haben keine Interesse an deiner Gesundheit. They are interested in your wallet. Ja, sie haben nur Interesse am Geld. Now, if you look at this product, it says nutritional bar. Ja, hier sagt es Nahrung bar. Also, es sagt eigentlich aus, dass es gute Nahrung, richtige Nahrung ist. And it says Choco delight. Choco. Ja, und es sagt Choco delight. Also, das heißt Choco vergnügen. Now, we know chocolate is not healthy. Und wir wissen, dass Schokolade nicht gesund ist. It's got a poison called Theobromin. Es hat ein Gift Theobromin. It's got caffeine. Und es hat Kaffeine. It's got sugar. Und Zucker. Remember, Coco is very bitter. Denn, Coco, Bohnen sind von Natur aus sehr bitter. And then when you go down to this next product and then here unten it's called the diet bar. Heißt das die Diät Bar. And then it says healthy and diabetic friendly. Und dann sagt es, es ist gesund und diabetes freundlich. But that's not true. Aber das stimmt gar nicht. But it's a big company. Aber es ist ein großes Geschäft. And there they say sugarless. Und sie sagen ohne Zucker. Now, what do they mean by sugarless? Was heißt das ohne Zucker? It is true. It is sugarless. Das stimmt. Da ist kein Zucker drin. Talking about table sugar. Wenn man über Tischzucker spricht. Now we come to the next product. Und guck hier mal. It's from Denmark. Das ist von Dänemark. I find it in my country also. Und in meinem Land wird das auch verkauft. And they say it's for diabetic patients. Und sie sagen das ist für Diabetes Patienten. Diabetic Jam. Sie haben alle möglichen Sorten Marmelade. Vielleicht machen sie eine bestimmte für jede Erkrankung. Es ist ein Geschäft. Es ist nur um Geld zu verdienen. Es sind verschiedene Diabetes Patienten die auch nach unser Laden kommen. Und sie sagen guck mal dieses Geschäft hat diese Diabetes Marmelade. Dann habe ich sie gefragt ja wissen sie denn was da drin ist. Guck mal nach die Zitaten. Und da ist ein Produkt das heißt Sorbitol oder Sorbit. Kennt ihr das? Sorbit? Was ist das? Sorbitol oder Sorbit? Das ist Gift. Sorbitol ist Zucker Alkohol. Und das ist überhaupt nicht gut für Diabetes Patienten. Aber die Werbung tut es. Die Menschen sind überzeugt. Aber der schmerz Diabetes Patient bleibt all his life. Aber die armen Diabetes Patienten werden so ein Diabetiker bleiben die Reste ihres Lebens. Aber die Pharmaindustrie ist ja da um ihnen zu helfen. Nein. Hier ist deine Pille. Hier sind deine Injektionen. Und so lebt er mit den Symptomen. Monsanto ihr hier von gehört Monsanto Monsanto ist sehr berühmt und populär sie machen auch viele Sachen in die dritte Welt und sie werden immer stärker Ich habe in die Nachrichten gelesen sie nehmen die ganze Bienenindustrie über und übernehmen alles sie haben Aspartame gemacht hergestellt Ich denke die meisten kennen Aspartame Das ist eine künstliche Art von Zucker Dies ist viel billiger als Tischzucker We find that the scientists in this company die Wissenschaftler in dieser Geschäft made this chemical sugar which is so powerful that you don't have to put a lot of Aspartame as you would do in sugar but now people have become educated because they have Dr. Google just type Aspartame and they give that word Aspartame and everything comes about Aspartame and the ones who are educated they are not buying any product that has Aspartame so now in most products Aspartame has been done away but still the product is sweet and weisst you weshalb you say it is sugarless no Aspartame Es Es gibt kein Aspartame da drin Es ist gesund Aber sie sind noch einen Schritt weiter gegangen Sie haben noch eine künstliche Art Zucker gemacht Neothame und das heißt Neothame Now according to FDA und nach den Richtlinien von FDA ist mit ein Zutat die weniger drin ist als ein Prozent dann muss es nicht mehr bei den Zutaten geschrieben werden Das ist das Gesetz Also bei den Zutaten gibt es kein Aspartame und auch kein Neothame weil von die Neothame braucht man weniger als ein Prozent So now it's hidden and still you make yourself believe there's no Aspartame no Neothame but there is Also jetzt denkt ihr dass von das ganze Zeug nichts mehr drin ist aber trotzdem gibt es Neothame noch drin und das ist das gefährliche dran Es ist ein künstlicher Zucker What does it do to the body she is asking Neothame weil es ein Chemikalien ist es giftig und wenn man guckt wie die Giftstoffe sich verhalten im Körper dann greift es gesunde Zellen an und gehen zum Nukleus den Kern und greifen das DNS an Wir leben und sterben auf einem cellulären Niveau Also wenn man ungesunde Sachen zu sich nimmt dann tötet man seine guten Zellen ab Also ess gesund und dann werden auch die Zellen gesund sein Wenn wir essen um Blut zu machen Was ist mit Marmelade aus dem Naturkostladen 95% ist das okay Wenn wir nach Gemüse jetzt kommen Wenn wir nach Gemüse werden viele Pestiziden gespritzt auf die Bäume Wenn sie die Bäume so lassen 50% wird verloren gehen Und der Bauer möchte keinen Verlust haben Und deshalb tut er das Aber wenn er so sicher ist warum er dann eine Nasen Maske Und guck mal der ist völlig bedeckt dieser Mann Einfach nur die Ausrüstung schon zeigt uns dass was er spreeht nicht gesund ist Und dann haben wir die genetisch manipulierten Nahrungsmittel die auch nicht gesund sind wenn man guckt nach die EPA das ist für die Umgebung Sicherheit und auch die US Departement von Landwirtschaft und dann auch die FDA also die Nahrungs und Drogen Administration diese Organisationen müssen die Gesundheit der Nation schützen sie beurteilen welche Produkte sicher sind und welche nicht nichts aber die finanzielle Lage von der Pharmaindustrie ist ihnen wichtiger durch die Gesetze können sie das Geld kontrollieren und die Nahrungsmittel beherrschen wenn sie wirklich sich Sorgen machen würden um die Gesundheit der Nation warum haben sie dann diese Pille entwickelt um Gewicht zu verlieren im Jahre 2010 wurde diese Pille verworfen weil es Tümore und auch Erinnerungsverlust und Depression hervorrief also die Menschen wollen Gewicht verlieren und sie tun dafür alles in unser Laden kriegen wir auch viele Mädchen und die sind auch sehr übergewichtig und dann fragen sie mir wie können wir Gewicht verlieren wie kann ich wie dir werden und wir haben dafür ein Programm aber die meisten gehen fasten und das ist auch nicht richtig und dann gebe ich ein Programm aber es hat alles mit Lebensstil zu tun aber sie haben gerne einen einfacheren Weg und das ist oft das Problem dass die Menschen nicht willig sind um ihren Lebensstil umzuändern viele Patienten sind auch gekommen und wenn man sagt dann sollst du das nicht essen und das nicht dann sagen manche schon dann nehmen wir lieber die Pillen vierte Punkt durch Bestrahlung ist noch ein Weg wodurch die Menschen krank werden zwischen 1999 und 2009 gab es in England 50% Zunahme in Frontallappen und Temporallappen Tümore in Kinder wenn ihr im Krankenhaus geht dann seht ihr manchmal einige Zeichen keine Handys benutzen benutzt ihr hier Handys im Krankenhaus wenn man im Krankenhaus geht muss man es ausmachen wenn es sicher wäre warum sollte man dann dein Handy ausschalten und man soll auch das Handy nicht nah zu einem Kind bringen weil die Knochen in den Kopf noch nicht völlig entwickelt sind und sie haben eine Untersuchung gemacht die Organisation ist abgekürzt IARC und sie sagen dass die Bestrahlung von einem Handy eine mögliche menschliche Krebserwecker ist und sie sagen wenn du mehr als 15 Minuten pro Tag am Handy telefonierst dann hast du viel mehr Risiko und jetzt hat man die Handy schon die man so in die Ohre stecken kann das ist wirklich gefährlich so hier wir finden Dr. Russell Blaylock und Dr. Russell Blaylock er sagte folgendes er sagt es gibt wirklich Beweise dass Handys das Gehirn schädigen und auch andere Geweben und Organe und dann er weiter zu sagen Und es gab zwei Wissenschaftler in einem Handy Geschäft Firma und sie taten ein Studium und diese Studien zeigten dass das DNS in alle Zellen die ja ausgestellt waren an diese Wellen lenkten und Energie von Handys dass sie geschädigt wurden aber diese wurden entlassen damit sie das nicht weiter verbreiten mit mit all was sollen wir tun ich habe nur ein paar Sachen herausgenommen weil wir keine Zeit haben was für Maßnahmen sollen wir dann nehmen wenn wir zur Bibel gehen gibt es eine Verheißung und da sagt es if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God Exodus 15 26 and will do that which is right in his sight and will give ear to his commandments and keep all his statutes I will put none of these diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians for I am the Lord that healeth thee in 2. Mose 15 Vers 26 heißt es wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen die ich den Ägyptern auferlegt habe denn ich bin der Herr dein Arzt also wenn wir die Gesundheitsgesetze halten dann werden wir nicht die Erkrankungen über uns bekommen schon mehr als 30 Jahre bin ich nicht zum Krankenhaus gewesen ich habe auch keinen Arzt gesehen wenn ich krank bin dann behandle ich mich selbst nur wenn es einen Unfall gibt dann müsste man schon zum Arzt aber es zeigt mir dass wenn man die Gesundheitsregel hält dass der Herr uns segnen kann und uns auch gesund erhalten kann denn Krankheit Krankheit ist große Geschäft deshalb sollen wir gesund essen damit wir gute Gewohnheiten haben dass wir unser Körper gesund halten und Gott damit verherrlichen können also wenn ihr die Gesundheitsgesetze hält braucht man dann einen Arzt nein eigentlich nicht aber wenn man die Gesetze bricht dann braucht man einen Arzt wenn ihr die Gesundheitsgesetze hält braucht ihr kein Spital aber wenn du krank bist dann brauchst du das wenn ihr das Gesetz hält dann braucht ihr auch keine Medikamente aber wenn du das Gesetz brichst dann wird der Arzt dir schon sagen welche Medikamente du nehmen musst und wenn du das Gesetz hältst dann brauchst du auch nicht großes Geld zu bezahlen aber wenn ihr krank werdet und das Gesetz bricht dann wird viel Geld auch weg gehen ich werde euch eines sagen ich bin nicht reich und wenn man nicht reich ist dann versucht man wirklich vorzubeugen dass man nicht ins Krankenhaus gehen muss denn dann bekommt man eine große Rechnung also so ist das ein Segen und wir versuchen ganz genau die Gesundheitsgesetze zu folgen aber abhängig von wie schlimm du die Gesundheitsgesetze gebrochen hast werdet ihr dann auch Behandlungen empfangen empfangen wenn ich einen Unfall habe und mein Arm ist gebrochen dann muss ich zum Krankenhaus und dann ist der Arzt sehr wichtig und dann braucht man auch Betäubungsmittel damit man unter Narkose kommt weil bis jetzt gibt es sonst keine andere Betäubungsalternativen das wirklich zwei Stunden hält also manchmal ist es schon notwendig um die Symptome zu untertrucken also versteht mir nicht falsch dass Ärzte nicht wichtig sind sie sind wichtig wir haben einen Laden in einem medizinischen Lager und ich werde noch ein bisschen darüber teilen es geht nicht darum wer Recht hat oder nicht aber man muss zusammen arbeiten sie haben viele Erkenntnisse in die Anatomie und die Pathologie und wir brauchen auch ihre Hilfe aber auch brauchen sie unsere Hilfe wenn du zum Beispiel dich schneidest das ist eine Wunde braucht man einen Arzt wie viele glauben dass man dann einen Arzt braucht nein was würdet ihr tun kaya pfeffer kaya pfeffer okay in der himalaya berge wo ich aufgewachsen bin und wir haben in die berge gespielt und wir dann uns geschnitten haben dann sind wir dort im Wald was tun wir dann da gibt es Kräuter wir waren ungefähr sechs Jahre alt und dann haben wir einen Strauch gesucht und das ist diese das ist Wandelrösch Es hat kleine Blumen und die sind alle zusammen das heißt Wandelrösch und das ist ganz effektiv Ich soll es nie weten ehrlich gesagt ich habe es nicht nach gekriegt das plant hier aber ich weiß die nennen in dutch also das ist das problem vielleicht haben wir es hier in Holland ich muss das herausfinden so so have to chew yes we have green leaf that grows everywhere here that we use Es gibt verschiedene Dinge die man nutzen kann und bei diesen Wandelrösch muss man darauf kauen auf die Blätter wir bluten und der Saft kann man dann auf die Wunde geben und ja mit die Zähne haben wir dann das Blatt kaputt gemacht und dann drauf und dann halten wir das so gegen die Wunde weniger als eine Minute und dann hört das Bluten auf und und auch Cayennepfeffer ist sehr effektiv also dafür braucht man nicht direkt einen Arzt wenn ihr erkältet wird was tut ihr dann viele gehen dann für die Tabletten Zitrone und Zwiebel und Knoblauch und noch eine Blume was ist das Echinacea das sind alles Naturmittel wenn ihr Schluckaufs habt ein medical student kam zu einem Schock der Hick so wenn sie kam sie macht das und sie konnte nicht weiter reden und habe ihr gesagt ich werde dich helfen nimm Kurkuma und Honig dann hört es direkt auf wenn es Vergiftung gibt was denn sie sagen für Vergiftung Holzkohle man kann es innen und außen verwenden es gab eine Person in Indien und weil seine Beziehung kaputt lief hat er Gift genommen um sich selbst umzubringen und wir haben ihnen dann gesagt er soll sofort Holzkohle trinken und seine ganze Körper mit Holzkohle bedecken und sie haben das gemacht und sein Leben wurde gerettet und sie haben dann mit uns zusammen gearbeitet weil wenn man ins Krankenhaus geht dann wird es eine Polizeisache also Holzkohle ist sehr effektiv und über Holzkohle also meine Schwiegermutter war auch im Krankenhaus und sie hatte Durchfall Durchfall und die Ärzte kamen und haben ihr Tabletten gegeben und sie war schon im Krankenhaus da konnten wir auch nicht zu viel tun denn die Ärzte entscheiden über ihr und die sind dann rumspaziert und sie war noch immer in dem gleichen Zustand und am Morgen ist nichts Gutes weiter passiert und ich habe gesagt sie wird austrocknen so wir müssen etwas tun und wir haben diese schwarze Pulver genommen und haben ihr das dann zu trinken gegeben und dass die Ärzte dann kamen und sie gesehen dass alles okay war und sie uns gleich gefragt was habt ihr gegeben und dann haben wir gesagt Holzkohle und sie haben einfach nichts gesagt und sind weggelaufen es ist sehr effektiv aber es ist eine geldmachende Wirtschaft Welt sie wollen die Holzkohle nicht benutzen denn die Holzkohle ist nicht teuer und so machen sie lieber eine Pille woran sie verdienen die jenigen die Sinusitis haben wir haben diese Pflanze in unserem Garten und jetzt haben wir es auch mit transportiert nach Indien und es wächst auch dort sehr gut das ist Meerrettich das ist Nasennebenhöhlen Entzündung es gibt viele natürliche Mittel womit man sich selbst heilen kann das ist Mirix Wort wenn wir nach Hiob gehen dann sehen wir auch dass er natürliche Mittel verwendet hat denn er hatte Geschwüre und wo saß er er saß bei die Asche und auch als Hezakiah krank war da hat der Prophet Jesaja gesagt dass er eine Klumpen Feige nehmen sollte und kochen sollte oder dass er das da auf legen sollte auf die Stelle legen sollte und er heilte all diese einfache Sachen ist für die Welt zurecht aber in 1. Korinther 4 Vers 10 heißt es dass wir getörigt sind um Christus Willen aber ihr seid klug in Christus wir schwach ihr aber stark ihr herrlich wir aber verachtet wenn man guckt in die medizinische Welt und ich bin kein Arzt aber man kann sehen dass was die Welt praktiziert ist nicht auf die gleiche Ebene als Gottes Prinzip aber es gibt so viel Glaube in dieses weltliche System das Menschen weigern um wirklich das anzuwenden und zu tun es gibt zwei Prinzipen das weltliche Prinzip die moderne Medizin ist auf zwei Sachen basiert Vergiftung und Schneiden operieren und die zwei Arten Vergiftung die benutzt werden chemische Vergiftung und Bestrahlungsvergiftung während wenn man schaut nach Gottes Prinzip in great contrast are the natural healing principles which work with the body's own efforts to restore health da sind die natürliche Heilmethoden funktionieren mit der Körper selbst zusammen um die Gesundheit wiederher zu stellen the body has what we call a built in ways to process the food into the needed energy also der Körper hat eine Weise wie er das Essen umsetzen kann in Energie und wenn wir krank werden hat es auch ein System um Heilung hervorzubringen also in natürliche Behandlungen dann wird der Körper von Schmutz gereinigt und in moderne Medizin macht es genau das Gegenüber Gestellte wir müssen also mit dem Körper zusammen arbeiten und nicht dagegen und das ist was die meisten Ärzte vermissen man muss dem Körper helfen also was sind die acht Gesetze Natur Gesetze what are the eight laws of health that is nutrition you have to eat nutritiously next exercise Bewegung many of us are lacking exercise water how many people are drinking water today they're drinking more of aerative water that's like energy drinks and so weiter you know there's a lot of strain on the kidneys and that belastet the niere next sunshine next sunshine next temperance next temperance even good things can be bad if you don't eat moderately air air you need good fresh air not the air in the city because there are charged particles in the air charged particles charged negative and positive yeah denn es gibt negative und positive ionen the negative charged particles are good for your body and the negative ionen are good for your body therefore nice to be in the countryside nice to be near the waterfalls nice to be near the ocean deshalb ist es gut bei Meer und in ja auf dem Land but today we are what in the air conditioned room aber heute sind wir bei airco in ein Zimmer in an air conditioned car ja und in ein airco auto but that's not good das ist nicht richtig next rest ruhe now in these past few days I've been breaking this law working too much working too much it says that one hour of sleep before twelve midnight is worth two hours of sleep after midnight ja eine Stunde vor mitternacht ist besser als zwei danach und dann vertrauen in Gott so therefore when you look at these simple things that we've just read wenn wir diese einfache Dinge uns anschauen für die Welt ist das töricht ja also und das ist genau das was Gott verwendet um die Weisen beschämt zu machen now people have a lot of trust in white coats they have a lot of trust if the hospital is really looking good if the ICU is really in a top condition ja und wenn das intensive care in eine gute Lage ist weißt du was das ist ICU so wie das heißt in Englisch no you're wrong it is I S E E U after death you die ICU goodbye das heißt tschüss ich sehe dich tschüss I've seen many patients who have had simple ailment dying in the ICU es sind viele sind dort gestorben im intensivstation und sie haben viel vertrauen in die pillen now here listen to what Mahatma Gandhi says we have grown accustomed to believing that no illness can be cured without medicine however this is just a superstition medicine is always dangerous er sagt wir sind daran gewöhnt ja wir sind gewöhnt jetzt und glauben dass keine krankheit heilen kann ohne medizin aber das ist nur ein aber glaube medizin ist immer gefährlich er ist ein hindu aber er hat diese erkenntnis und weiß was geschieht und Thomas Edison wer ist das was hat er entdeckt die elektricität das licht er sagt der arzt von die zukunft wird keine medizin geben er sagt er wird die interesse von seiner oder Patienten auferwecken damit sie gut für sich selbst sorgen mit ein gutes Diät und auch gucken nach Ursache und Vorbeugung der Erkrankung und dann hier es sagt die Person die Medizin muss zweit von der Medizin und von der Medizin und William Osler sagte die Person der Medizin nimmt muss zweimal heilen einmal von die Erkrankung und einmal von die Medizin Sie verstehen die richtige Entdeckung der Medizin Sie verstehen was die Medikamente beinhalten Warum versteht die Reste der Welt das nicht Lass uns schauen was Ellen White sagt Ja also Tausende die jetzt krank sind die können ihre Gesundheit wiederherstellen wenn sie nicht auf Medizin sich verlassen würden sondern die ganze Medizin rausschicken sollten und einfach leben der Herr ist willig um sein Licht scheinen zu lassen in ganz deutliche Strahlen an alle die schwach sind Ja und sie sagt es wäre viel besser gewesen wenn von Anfang an alle Medizin außer unser Sanitorium gehalten würde und wir einfache Heilmethoden benutzt hätten wie frische Luft Wasser Sonnenlicht und einige einfache Kräuter die in dem Feld wachsen und sie würden keine schädlichen Folgen im System lassen Wenn man ein Arzt wird dann muss er ein Eid ablegen Gibt es hier einen Arzt? Oh kein Arzt hier Ich liebe immer wenn Ärzte zu meinen Versammlungen kommen denn sie helfen mir auch Wenn man ein Arzt wird dann nimmt man ein Eid und in Lateinisch heißt es primum non nocere und das heißt Über alles soll man keinen Schaden zufügen Also die Hippokratik Eid heißt dass man keinen Schaden zufügen darf Also ist es besser um nicht etwas zu tun oder auch gar nichts zu tun dann das Risiko einzugehen dass man mehr Schaden zufügt dann Gutes Also er legt ein Eid ab dass es ethisch und auch ehrlich ist Aber durch die Medikamente wird diese Eid gebrochen Und so wir sollten wir die Healthways Ministry in Indien Und so haben wir uns entschlossen dass wir Healthways Dienst angefangen haben in Indien um Menschen zu unterrichten Es ist ein Laden dort ein ganz einfach Laden wo wir verschiedene Produkte verkaufen haben ganz nah an diese medizinische Hochschule Es ist sehr bekannt und Studenten über die ganze Welt kommen dorthin um für Arzt zu studieren Aber was traurig ist an dieser Sache sie studieren viel über das Körper Aber wenn es dazu kommt um die Gesundheit wieder herzustellen dann haben sie nicht die Erkenntnisse Und all die Restaurants da drumherum die sprechen da auch davon Weil weißt du was man dann isst wenn man dorthin geht dann esst man ungesunde Nahrung viel mit Fett und auch viel Masala und so haben sie dort und schädigt die Blutgefäße und auch die Endothelzellen werden dadurch angegriffen und das Blut strömt nicht mehr so gut Die Ärzte müssen helfen die Gesundheit wieder her zu stellen Wenn man einen Wettkampf hat dann muss man gut für das Auto sorgen für die Motor Aber wenn man die Wettkampf hat setzt man einfach Benzin dreh dann sorgt man doch dass es die richtige Brandstoff ist damit es dann auch gut ist Das sind einige Produkte wir haben auch Früchte verschiedene Desserts kein Aspartam und kein Neotham kein Zucker ein Kunde kam und ich habe ihm gesagt wir haben Desserts kein Zucker und dann sagt er ist das süß dann und dann habe ich ihm erklärt was da drin ist und er war froh wir machen auch Karottensaft frisch und einige andere Dinge auch Karob Muffins Ananas Muffins hier ist alles nur Vollkorn Brot denn wie weißer das Brot je schneller bist du tot kein weißes Mehl dann machen wir Kekse das ist viel viel Arbeit hier sind die Arbeiter also meine Mutti und ich sind da drauf und Virginia das ist Stress morgens da sind die Kunden diese beide dort sind Ärzte aber sie sind sehr gute Freunde von uns geworden sie haben viel von uns gelernt und ich habe auch von ihnen gelernt er ist ein Hindu kein Christ und wir hoffen dass wir ihn gewinnen können für Christus und dieser Mann hier das ist der Leiter von die Basel Mission Gemeinde Kirche und wir haben seine Frau behandelt sie war eine Krebs Patientin und ich kann euch noch mehr darüber erzählen hier sind Ärzte also Studenten Medizin Studenten sie sind von Malaysia das ist unser jüngster Kunde er kommt von der Schweiz und die Eltern sind in Indien und immer wenn er kommt nach unserer Laden müssen wir ihm eine rote Tomate schenken und hier in unserer Laden wo dieser Pfeil ist für jede Gemüse die wir dort verkaufen haben wir sowas so that they can read and know what they are buying damit sie wissen was sie kaufen so it's very effective und das ist sehr effektiv dann teilweise haben wir auch unsere eigene Gemüse und this farmer is really digging hard und dieser bauer hier der muss sehr hart graben die Erde ist ganz hart aber es hat mir sehr gut getan das sind Bananen von unseren eigenen Bäumen so wächst das hier wächst Ananas so wächst das verschiedene andere Pflanzen und wir hatten lange hatten wir überhaupt keinen Transport ich hatte die kleine Scooter die ihr dort seht aber all diese Boxen kann ich darauf nicht transportieren und dann mussten wir auch eine Autorexio also eine Art Taxi dort benutzen und das war wirklich ein Kampf aber durch Gottes Gnade haben wir Spenden bekommen und dieses Jahr haben wir dann diesen Bus anschaffen und alle Leute die daran mitgeholfen haben will ich recht herzlich danken und jetzt ist diese Schwierigkeiten ist vorüber wir sind nicht mehr wie dieser Mann dort und jetzt geht das besser und dann haben wir hier auch unsere eigenen Möbel gemacht ein Zimmermann von Holland ist gekommen und hat diese Möbel gemacht und einige gute Betten gezimmert dann haben wir auch Bibelstunden in Krankenhaus und dieser Person die hier im Bett liegt er ist ein großes Stück gelahmt er ist nur 25 Jahre alt er hat einen Unfall gehabt aber deswegen hat er die Wahrheit kennengelernt er war katholisch er ist jetzt siebentags Adventist wir geben ihm auch praktische Anwendungen hier habe ich Massage gegeben und auch Unterricht und das ist ein guter Arbeiter von uns in Health Ways er war ein Hindu aber er ist jetzt sieben Tags Adventist und er kennt sich aus in der Hydrotherapie er sieht nicht wirklich indisch aus aber er ist Inder India ist sehr groß aber wir haben wirklich Spaß mit unseren Kunden denn es ist sehr international manchmal sehen sie mich dort und dann fragen sie sich wie es möglich ist dass ein indischer Mann jemand von Außenland so weit weg als Arbeiter haben kann und als ich dann weg war dann habe ich noch jemand anders auch von Ausland bekommen und sie fragen ihn bist du von Japan aber es tut gut und es ist eine freundliche Atmosphäre um kurz zu fassen weil die Zeit läuft uns davon als wir Healthways angefangen haben hat Satan einen anderen Laden neben uns gesetzt und genau neben unser Laden das war ein Teeladen und das hieß Tees Tee und Kaffee können dich auch plagen Tees heißt plagen in Englisch und wir waren erst nicht sehr glücklich damit ich habe auch mit die Besitzer von diesem Laden geredet und ich habe ihm gesagt was du verkaufst ist nicht gesund und er schaute mich an er sagt nein nicht wirklich es hat Antioxidanten drin nein ich sagte ja aber das ist nur ein gutes Ding und 99% falsch in grüner Tee aber wir haben doch eine gute Beziehung gehabt und ich habe auch mit ihm die Gesundheitswirtschaft geteilt aber später habe ich dann den Herrn gedankt für diesen Laden denn wir hatten zu dieser Zeit noch keine Werbung richtig gemacht aber dieser Laden hat sehr viel Geld reingesteckt um Werbung zu machen und die Kunden sind nach seinem Laden gekommen und als sie dann ihre kalte Tee trinken dann gucken sie herum und dann sehen sie unser Laden und dann kommen sie in unser Laden und jetzt haben wir den Herrn gedankt danke für diesen Laden und das ging ungefähr ein Jahr und wir haben viele Kunden bekommen und jetzt war das genug und dann hat die Regierung entschlossen dass sie einen breiteren Weg haben wollen und so kam diese große Maschine und hat diese Tee vernichtet und jetzt ist er nicht mehr neben Hell weiß also man sieht wie Gott arbeitet jetzt haben wir noch ein Problem wenn wir sprechen über die Medizin sagen sie direkt oh das ist wie Ayurveda kennt ihr das Ayurveda das ist wie Yoga und diese ganze Meditation und das ist der Gott Dan Vantari und hat vier Hände und sie glauben dass er Heilung an die Seele bringt aber man sieht wie Satan das nachahmt und immer müssen wir erklären dass wir anders sind aber es ist eine Herausforderung wenn wir sprechen über Diabetes und diese Eid sagen sie du musst viel Fett und wenig Kohlenhydrate nehmen aber so ist es nicht aber guck mal er ist der erste Patient die völlig sein Insulin los geworden ist nur indem er seinen Lebensstil umgeändert hat er ist kein Adventist aber er hat unser Programm gefolgt also das Körper heilt sich selbst und wir müssen damit zusammen arbeiten und darum sagt es Gottes Methode die Kräuter die wachsen für das Wohl der Menschen müssen wir gute Gesundheit haben in der Endzeit ja sicher weil wenn die Wirtschaft kriegt und keiner kann kaufen und verkaufen dann denken wir oft am Essen aber wenn du krank bist und du bist abhängig von Medikamenten was wirst du dann tun dann kannst du keine Medikamente mehr kaufen du kannst nicht mehr zu dieser Pharma Industrie gehen und da ist wieder diese RX die ich schon erklärt habe damit die Götter das Medizin segnen so therefore we need to live healthily now darum müssen wir gesund leben because if you eat healthily you will not fall ill dann wirst du auch nicht krank ok I'll just hurry up next we need to eat healthily because when you call before the court you have to have a clear mind you need to have clear judgment and that can come only if you live healthily and that can come only if you live healthily that is the ICC headquarters headquarters is here right here in Netherlands and that is in den hach here in holland and investigate under the Roman statutes under the guidance of the church of Rome and they make untersuchungen under the führung of Rome or the gesetze and also the foundation has been laid to deal with the adventists how you have someone you need to have an adventist who will try you because he can understand the way an adventist will think and therefore when you look here we are so proud about it first adventist judge we are so stolz that we are the first people in the ICC but you are not seeing what behind the scenes but you see not what is behind the you know if I was a Muslim a Muslim man will try me because he knows my religion he knows the way how I think and therefore we need to have a clear mind we need a clear mind and therefore here it says those who eat and work intemperately and irrationally talk and act irrationally and it can affect the brain and pervert the judgment and it can affect the brain and it can affect and it can affect the brain I can go forward here it says all self indulgence is to be cut away from their lives before they can really understand the meaning of true sanctification and here Alle Nachgiebigkeit an die eigene Appetit muss weggeschnitten werden von ihrem Leben, bevor sie wirklich die wahre Verständnis von Heiligung verstehen können. Wahre Heiligung ist das Werk von ein ganzes Leben. Und wenn wir ungesund essen und leben, dann kann man auch keine wahre Heiligung haben. Okay, I'll just skip this slide because we're running short of time. Now talking about doctors, ministers and doctors should set forth the evils of intemperance. Es sagt, Prediger und Ärzte sollen die Bosheit von Unmäßigkeit zeigen. Both should work in the gospel with power to condemn sin and exalt righteousness. Sie sollen zusammenarbeiten im Evangelium mit Kraft und die Sünde verurteilen und die Gerechtigkeit erheben. So they have an important responsibility. And they're supposed to talk about true healing. Okay, I'll just skip this. Those who want this information can come to me maybe tomorrow afternoon. Because these are some interesting statements of doctors. Es sind einige interessante Zitate von Ärzten. Now here Ellen White tells us. Ellen White sagt hier. It is not safe to trust to physicians who have not the fear of God before them. Es ist nicht sicher, um Ärzte zu vertrauen, die nicht die Furcht des Herrn vor ihnen hat. Self and Brandeisement is their aim. Sie versuchen sich selbst, ja, sie sind stolz auf sich selbst. Und sie sagt unter die Bedeckung von dem medizinischen Beruf, was für Ungerechtigkeiten sind dort praktiziert. Contrary to the laws of health. Gegen die Naturgesetze. Okay, I come to the last part. Ich komme zu das letzte Teil. And that is about whether the health message is a salvation issue. Ist die Gesundheit ein Teil der Erlösung. Here it says. Every law governing the human system is to be strictly regarded. Ja, hier sagt es, jedes Gesetz, das das menschliche System regiert, muss ganz genau beachtet werden. For it is as truly a law of God, denn es ist genauso ein Gesetz Gottes, as is the word of holy writ, als die Heilige Schrift. And every willful deviation und jeder, ja, willful, wo vertal ich das besser? Und, ja, jede bewusste Abweichung von gehorsam an diese Gesetze, From obedience to this law is as certainly sin as a violation of the moral law. Ist genauso gut Sünde, als eine Übertretung des moralischen Gesetzes. Also, Moralgesetzes. Es ist sehr deutlich. Ja, wenn wir ein einziges Organ schädigen des Körpers, dann rauben wir Gott von den Dienst, die wir ihm geben konnten. Now, it's very easy to say, Brother, just pray. Es ist ganz einfach zu sagen, Bruder, bete einfach für mich. You know, we break the law and we expect God to heal us. Wir übertreten das Gesetz und erwarten, dass Gott uns heilt. And here it says, many have expected that God would keep them from sickness merely because they have asked him to do so. Und es sagt, viele erwarten, dass Gott ihnen von die Krankheit weghalt, weil sie es ihm gefragt haben. But God did not regard their prayers. Aber Gott hat ihre Gebete nicht erhört. Why? Because they're violating the laws of health. Und warum? Weil sie die Gesundheitsregeln übertreten. Now, God will answer our prayer when we keep his law. Wenn wir seine Gesetze halten, wird Gott auch unser Gebet beantworten. God will not work in a miraculous manner to preserve the health of persons who, by their careless, inattention to the laws of health, are taking a sure course to make themselves sick. Und es sagt hier, Gott wird kein Wunder tun, um die Menschen gesund zu erhalten, die durch ihre sorglose Art und Weise, wie sie mit die Gesundheitsgesetze umgehen, einen Weg nehmen, wodurch sie sich selbst krank machen. Und deshalb, Disease is not something that randomly falls out of the sky and strikes you like lightning. Es ist nicht so, dass die Krankheit einfach dich schlagt wie ein Blitz. Aber es ist durch unsere Essgewohnheiten. Wenn wir die richtigen Gewohnheiten haben, The Lord has made this promise that he will put none of the diseases that he has put upon the Egyptians. Hat der Herr versprochen, dass er uns keine von den Erkrankungen auferlegt, als er bei den Ägyptern. So let us eat right to be right with God. Lass uns richtig essen, damit wir richtig zwischen uns und Gott sind. May God bless you. Möge Gott euch segnen. Thank you. We kneel down for prayer. Wir werden beten. Our gracious and heavenly Father, thank you for the health message that you have given us. We know, Lord, that if we are controlled by principle and not by appetite, you will put none of the diseases that you have put upon the Egyptians. dass du uns keine der Erkrankungen in der Ägypter auferlegst. I pray, Lord, that many of us who are still sleeping und ich bete, dass viele, die noch schlafen, will wake up und give ear to the health message und dass sie ihre Ohren neigen zu dieser Gesundheitswirtschaft. Denn die Gesundheitsgesetze sind genauso wichtig wie das Moralgesetz. Und ich bete, dass in der Endzeit dass wir gesund essen so that we can have a clear thinking und dass wir klar denken können und dass wir ein klares Urteil haben besonders wenn wir für das Gericht gerufen werden. Ich bete, dass in diese letzten Tage dass wir ein scheinendes Licht sein dürfen und wir Menschen warnen über die Gesundheitsbotschaft. Und wir Menschen warnen über die Gesundheitsbotschaft. Und gib uns diese Kraft und Energie von oben und dass wir in deiner heiligen Stunde eingegangen sind. Ich bete, dass du einen jenen Segnis bebeugt bist für dein Angesicht. Gib uns eine gute Nacht vor und wenn es dein Willen ist dass wir einen neuen Sabbatmorgen erleben können. Und wir beten das in den Namen Jesu. Amen.